Das ist ein Team. Aber Digga, bei dem Spielbelein kann nur gute Lust geben. Nimmst du jetzt auf oder aus? Ja, klar. Deutschländer, ich bin Deutschländer. Für den Anfang, was ist der beliebteste deutsche Männervorname? Komm. Und hol den. Ja, schön. Der deutsche ist wahrscheinlich Fritz. Deutsche wäre Markus tatsächlich. Und der polnische? Klaus, Peter, Rolf. Für den verkackten Anfang hau ich gleich einfach nochmal einen Witz raus. Was kriegt der in Pole zu Weihnachten? Eine Brechstange. Brechstange. Und was kriegt der Pole zum Geburtstag? Brechstange? Nein, dein Pod. Ähm. Wie? Leg dich raus auf. Ganz kurz. Was ist ein Pole ohne Brechstange? Keine Ahnung. Jetzt los. Wie wurde der Brechdancer gefunden? Als Polen versucht haben, fahrenden Autos die Radkanten zu stehen. Das ist der Geil. Das ist der Geil. Pass auf, Haif. Jo, ist gut. Das ist gleich und unterschiedlich bei Polen und Italienern. Boah, ich hab keine Ahnung. Beide fahren scheiße Autos, nur der Pole hat noch einen Lenkradkralle. Ja, der ist geil. Oh, der ist draußen. Ehrenhaft. Was? Ich hab, wieso hab ich kein Diffuse-Kit? Weil ich hab fünf Riesen. Komm, 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 ehrenhaft. Wie schaffe ich es, einen 10 Sekunden Diffuse zu sticken? Ach nee, warte mal. Oh ja, nee, passt hier. Aber jetzt mal unwitz. Warum hab ich kein Diffuse-Kit mit fünf Riesen auf der Bank? Ja, das ist... Ich hab rechts, rechts rum, close, rechts. Als ob du das noch geholt hast. Was ist das für eine Flasche? Also, mir zieht der so richtig eine rein, ne? Und bei dir zieht der halt so wirklich 30 Mal daneben. Pisse, werde ich auch noch dran kriegen. So traurig, dass ich so lange gebraucht habe. Und schau mal, wer hier die Arbeit macht. Und ich glaub, die Antwort ist wohl ganz definitiv Stuff is the one more. Oder? Na klar. 1,05? Uh. In Deutschländer. Oha, ich hab noch keinen Tod. Okay, komm, lass uns mal daraus machen. Wir machen 9-0 und ich krieg keinen einzigen Tod. Aber das sind Russen und unsere Gegner. Jetzt mal ohne Witz, lass uns zu null spielen. Das ist ja gar kein Thema für uns. Bei zu null will ich zwar eigentlich eher sagen, safe oben vercampen, aber gegen die Typen, ne? 10-0-0, Digga, das ist halt schon. Also, ich muss sagen, das ist halt schon eine geile KD. Denkst du an mir ab, oder was? Einer hat, äh... Na, der hat 10 Amp, der andere hat fröh... Ich hab ihn gesehen. Ah, einfach durchzumachen, die Irre genau. Moment, welche Irre. Ich hab jetzt 10-1-1, das ist so eine Scheiß-KD. Also, nur noch eine 10er-KD. 1-0-7, warte, das schreiben wir in eine Runde. Irre genommen! Moment, welche Irre. Aber optimistische Typen, das ist so... Die können bestimmt gegen uns noch gewinnen, oder? Vor allem, die gewinnen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem, die gewinnen. Ey, Nick, das sind Russen und die Hacken, die machen es möglich. Wer hat die? Links, äh, rechts meine ich. Das ist halt was anderes. Links also. Äh, links, ja. Nimm meine Waffe anstelle zu... Egal. Ich hatte wahrscheinlich auch nicht mehr. Er gedroppt? Ich würde ja sagen. Ja, der ist gedroppt. Okay, das ist schon... Digga, ich... Wie oft hab ich denn angeschossen? Neunmal, oder so? Ähm, Gartenhaus mit Unhit. Gartenhaus mit Headshot. Wann dann? Wenn ich hier... Oh, und... Gut, also, Leute. Wenn es euch gefallen hat... Paul, wie viele Kommentare? 10.000. 10.000, ja. Easy oder easy? 10.000 Kommentare, 5.000 Likes, 2.500 Abos. Alles klar, Leute. Ihr habt es gehört? Ja, passt. Ihr habt es gehört, ähm... Und eine 1080 für uns... jeweils, für uns beide. Auch das soll passen. Ich kann nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut auf meinem Twitch herbei. Bis dahin. Ciao. Wir sind Deutschländer.